Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das ist der Urban Innovation Hub. Er bringt Innovation vom Campus in die Innenstadt. Hier finden Forschung, Einzelhandel, Wirtschaft, Bildung, Stadtverwaltung und die Menschen von Heilbronn zusammen. Warum? Um zu lernen und herauszufinden, wie die Zukunft unserer Stadt aussehen kann. Wissenschaft und Praxis hautnah zu erleben, sich auszutauschen und gemeinsam am Heilbronn von morgen zu arbeiten. Events wie Talks, Workshops, Hackathons, Vorträge oder Open Labs bieten dazu so viele Möglichkeiten.